So, ich nehme den ganzen Lachs jetzt zum dritten Mal auf. Aber dennoch wünsche ich euch einen wunderschönen Good Darts in die Runde. Herzlich willkommen zum Q&A heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den 13 Fragen. Meine Cam geht irgendwie die ganze Zeit aus. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist auch gruselig irgendwo. Ja, muss ich mal gucken. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den 13 Fragen. Wir legen los. Let's go. Und da machen wir direkt mit der ersten Frage los. Und zwar, was ist mein Lieblingsstarter? Und ich muss sagen, ich bin ein Fan von Michael van Gerven. Also was heißt Fan, aber ich unterstütze ihn. Ich finde, ihn macht einen guten Job. Und der ist sehr sympathisch. Hat ein sehr krasses Mindset, was ich ziemlich, ziemlich heftig finde. Und ja, ich bin nicht so ein Fan von der alten Garte. Garde, sowas wie Gary Anderson oder Peter Wright. Aber Michael van Gerven würde ich da mal nennen als Spieler. Gut, dann haben wir Lieblingsdeutscher. Da muss ich sagen, ich unterstütze alle Deutschen. Deutschen aus dem Grund, ich würde mich freuen, wenn die Sportart mehr polarisiert. Wenn Deutscher Weltmeister wird, wäre das extrem krank für den deutschen Darts-Sport. Das wäre perfekt. Deshalb unterstütze ich natürlich alle Deutsche. Ich habe mal manchmal so ein paar Probleme gehabt mit Gaga. Möchte mich deshalb auch nochmal entschuldigen. Ich hatte mal eine Aussage getätigt über Gaga im Podcast. Das war ein bisschen unreif von mir. Das habe ich mal reflektiert, wo ich ihn irgendwie kritisiert habe oder so. Sorry. Und ja, deshalb Gaga. Trotzdem cooler Typ. No. Das dazu. Ja, Lieblingsdeutscher. Also nicht so richtig. Flo, cool. Auch wenn man da was hört. Aber ich glaube, ich bin ein sympathischer Kerl. Mit dem könnte man reden. Shinnie, Max, eh sympathische Hengste. Mit Nico habe ich auch schon geschrieben. Also schon coole Leute dabei. Auf welche Schule gehst du? Ich gehe auf ein Gymnasium. Da kann man ab der 5. Klasse hin. Brandenburg ist das aber eigentlich so, dass man erst ab der 7. Klasse kann. Also es ist so eine Leistung- und Begabungsklasse. Für Leute, die in der Grundschule halt gut sind, war ich damals. Bin immer noch okay in der Schule. Das Problem ist nur, man muss diese Dinge, die man in der Schule lernt, müsste man theoretisch auch auf den lebenspraktischen Bereich ummünzen können. Bin ich nicht so in der Lage. Schade. Bisschen unselbstständig. Aber das kommt noch. Das kommt noch hoffentlich. Wie findest du die Schule? Ich muss sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Freund der Schule. Finde ich super. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, Schule zu... In die Schule zu gehen halt. Finde ich top. Also Schule ist super. Man trifft Freunde. Bus fahren super. Stunden im Unterricht cool. Testphasen sind halt sehr nervig. Aber... Aber... Ja... Trotzdem. Schon solide. Also Schule... Boah. Wenn ich keine Schule hätte, wäre ich schon sehr traurig. Wäre ich auch traurig. Wie lange noch Topf auf Kopf? Sehr schöne Fragestellung, Max. Liebe Grüße. Der chillt jetzt auf der Sportschule in Frankfurt. Fußball ab. Habe ich früher mit dem sehr gut verstanden. Sehr cooler Typ. Und ja... Ich kriege ab und zu mal in der Schule was weg wegen meinen Haaren. Aber ich muss sagen, ich blende euch auch hier nochmal ein Videofoto ein. Da war ich in meiner absoluten Prime, was meine Haare angeht. Das war auch Corona. Da konnte ich mir auch einen Zopf machen. Ja. Und ich werde oft Pilz genannt. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile zufrieden mit meinen Haaren. Ja, ich müsste ein bisschen öfter zum Friseur gehen. Aber... Ja. Ich komme nicht über das Aussehen. Ich muss über Charakter kommen. Ja. Das dazu... Ja. Also ich würde immer noch sagen, Topf ist besser als einer dieser ganzen Dauerwellen. Dauer... Dauerwellen. Dauer. Ja. Passiert. Genau. Deswegen bin ich zufrieden mit meinen Haaren. Wann kommt das nächste gemeinsame Video? Liebe Grüße raus an Kilian. Wir haben... Ja, durch dieses Wichteln, finde ich, haben wir viel mehr. Gemeinsamkeit bekommen. Und ich finde das voll cool, dass wir jetzt mit den YouTubern so eng sind und mal ein bisschen kommunizieren können. Ich habe mit Kilian vorher noch nie geschrieben. Jetzt war der auch bei der Prognose dabei. Und ja, mal gucken. Ich habe vielleicht mal eine Idee. Oder wenn du mal eine Idee hast, schreib mich gerne mal an. Und dann können wir gerne ein Video produzieren. Freue ich mich sehr drauf. Sehr, sehr cool. Wie bist du zum Dart gekommen? Fragt Lukas. Ich habe 2018 ein Dartboard bekommen. Und ja, da habe ich dann drauf gespielt. Aber das wurde meiner Family irgendwann zu laut. Und deshalb bin ich hier hochgezogen. Oder nicht hochgezogen, aber das Dartboard ist hier hochgezogen. Und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich hier ein eigenes Zimmer habe. Dass ich hier meinen ganzen Stuff habe, meinen ganzen Dart-Kram. Und natürlich auch den Technik-Kram hier. Ich bin noch nicht so krass drin in der Technik. Und nehme das alles auch noch auf hier mit Handy und so. Aber bin ich sehr, schon sehr dankbar darüber. Und ja, deshalb hier hat es dann so angefangen regelmäßig zu spielen. Dann bin ich in den Dartverein gegangen. Dort habe ich meine ersten Tanksten-Darts bekommen. Vorher habe ich immer mit so Brust-Darts gespielt. So Michael van Gerven-Brust-Darts. Das sind die Darts. Damit habe ich auch mein allererstes Turnier gespielt. Ja, das war cool. So bin ich so reingekommen. Und dann WM 2019 natürlich. Das war so der Hauptgrund, wo ich dann rein bin. Und deshalb vielleicht auch Michael van Gerven, weil es das erste Turnier war. Deswegen ja auch so kleiner Michael van Gerven-Fanboy. So, wie viele 180er hast du bereits geworfen? Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme. Und ich muss sagen, Absolut keine Ahnung mehr. Ich würde mal schätzen. Ich habe nämlich überlegt, das ist jetzt schon mein dritter Tank, weil gar nichts funktioniert hat von der Technik her. Ich würde mal tippen. 150 bis 200. Aber das ist eine grobe Schätzung. Und ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde sagen, wäre ich fest, also wäre ich so 180. 180, 180er. Ich glaube, das ist ein guter Wert. Neun Darter? Ja, nein. Fragezeichen? Ich habe, also auf gar keinen Fall habe ich neuner geworfen. Auf gar keinen Fall. Ich habe mein bestes, das waren glaube ich vier perfekte Darts. Und da hat meine Hand aber auch ganz schön gezittert beim fünften Dart schon. Also muss ich ehrlich sagen. Das ist, aber es passiert bei mir schon, wenn ich meinen ersten drinne habe. Bei 501, dann der erste Triple und da denke ich direkt an neuner. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und ich glaube, ein neuner würde mich auch rausbringen. Also, ne, wäre nicht so cool. Bräuchte ich nicht. Jetzt noch nicht. Für ein Video schon. Oh mein Gott, ich habe einen neuen Darter geworfen und dann ich so auf Thumbnail. Passt. Kommt die Tage. Skripte ich irgendwie. Ähm, gut. Und bist du Anfang Januar wieder in Guzo? Und das fragt Moritz. Und Moritz, sehr, sehr cooler Typ. Auch junger, sehr junger Spieler. Und der ist auch gut. Also, starker Spieler. Und Guzo habe ich ja sogar mal einen Vlog gedreht. Gut gespielt, den Guzo hieß der. Und ja, ich hoffe, also Moritz, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich ne Kamera erlaubnis kriege, ne Filmer erlaubnis, dann würde ich gerne dabei sein. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Guzo ist auch ganz schön ein Stück von mir entfernt. Aber, da würde ich mich drüber freuen, wenn ich das irgendwie hinkriege, dass ich da hinkomme. Weil, ist schon cool. Also, super Spielstätte. Ja, könnte ein bisschen kalt werden, aber, das ist cool. Äh, bist du Single? Liebe Guzo Nils, ich bin, bist du Single? Frage für einen Freund. Geil. Ähm, Basis Spiele hat mal gesagt, ich, ich, man, man sei liiert mit den Darts. Kein Mensch sagt heutzutage liiert. Ähm, ja, die Aussage würde ich unterstreichen. Bin liiert mit den Darts. Aber, auch keinen anderen Kommentar dazu abgeben. Was wird dein 200 Abo Special? Das habe ich mir im ersten Take überlegt, tatsächlich. Das ist eigentlich so ein Q&A, könnte ja eigentlich in Frage, äh, 200 Abo Special sein. Habe ich aber jetzt schon vorgezogen irgendwie. Also, es ist ein vorgezogenes Silvester, Weihnachts, 200 Abo Special. Ich möchte mich auch hier nochmal bedanken für den ganzen Support, äh, den ich hier erhalte. Ich habe seit Oktober, habe ich irgendwie 70, 80 Abonnenten bekommen. Bin ich unfassbar dankbar drüber. Also, ich stecke hier sehr viel Arbeit drin, äh, rein und das freut mich natürlich sehr, sehr doll, wenn die Videos so gut ankommen. Hätte ich niemals mit gerechnet, auf wie ich mich weiterentwickelt habe, was Thumbnails angeht. Da auch mal ganz großen Dank an, äh, Tobi. Ohne den hätte ich gar keine Ahnung von Thumbnails. Ja. Und da habe ich mich reingearbeitet. Und 200 Abo Special werde ich keins machen. Ihr werdet jede Woche hier ein Video sehen und das reicht auch. Und vielleicht mal bei 500 Abos. Übrigens, äh, alles Gute, Silvester, der hat 500 Abos erreicht. Geht mal rüber und folgt ihm auch mal. Cooler Typ. Gut. Äh, was für Musik hörst du? Ich blende euch auch hier mal nochmal meinen Spotify Wrapped ein. Ich weiß gar nicht, was ich mit so, mit I'll be alright, höre. I'll be alright. Okay. Ähm, ja, also ich singe gerne, ich kann's aber nicht. Ich tanze auch gern, ich kann's auch nicht. Ähm, aber das ist cool. Ich spiele hier oft einfach mal so alleine abends, meine Late Night Sessions, und dann höre ich Musik und dance auch mal ab. ja, deswegen, so Pop, gute Laune, auch mal Deutsch-Pop. Marc Forster, muss auch manchmal sein. Ja, Taylor Swift, auch cool. Ja, Eminem und so. Rap kann ich nicht so viel anfangen. Tut mir leid. Aber, ja, gibt ja auch gute Lieder, so und so. Narcotic ist by the way ein richtig geiles Lied. Das hab ich irgendwann mal gehört, und das hör ich schon seit 2018 und so. Also, Narcotic super Lied, Heatwave super lieb, äh, super lieb, super lieb, und, ja, sonst gibt's noch ein paar gute Lieder. Joa, dann nächste Frage, äh, achso, letzte Frage, Ziel mit YouTube, Twitch, Insta, hab ich mal von einem Lehrer gestellt bekommen, die Frage. Äh, Insta, ich hab ganz viel Meinung in meinem Kopf, die muss auch irgendwo raus. Twitch, ich versuch einfach, ist der Lauf der Zeit, und da kann man auch mal ein bisschen Dart spielen, motiviert sich so, das wegen Twitch, und, YouTube, weil ich mal, auch dann später meine Videos angucken möchte, und sagen muss, ey, krank, meine Stimme hat sich so verändert, ey, ihr hört, könnt jetzt mal, ich blende euch mal was ein, ähm, meine Stimme von einem Jahr oder so. So, einen wunderschönen guten Morgen. Und das ist heftig, oder? Wie meine Stimme, wie hoch die da war, also, ja, da verändert sich schon ganz viel. Deshalb, äh, YouTube auch, und ich will euch natürlich auch Content, generieren, und, das motiviert einen auch zusätzlich, wenn man weiß, okay, man muss auch ein Video machen, man muss sich mit Dart beschäftigen, das ist schon, richtiges Ding. So, dann, wünsche ich euch, einen wunderschönen Tag noch. Frohe Festtage, genießt, das Leben, ich sag's immer wieder, und, ja, ich muss eine Facharbeit schreiben, Mentaltraining, Dart, also, wenn ihr da Tipps habt, ich brauche mal eure Hilfe, das wäre ganz cool. Ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt die schlimmsten drei Tage im Dezember, weil keine Darts-WM läuft, und, ja, vielen, vielen Dank für den Support, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, hau da rin, ciao, Das steht gegen den Klasentritt, ne? Das kannst du wissen. Was sagst du dazu? Tanz mich an, ja!